Ruhe, jetzt geht's weiter. Jetzt sitzen wir hier in der Schule, Popschule sozusagen, und beim Titel You Keep Me Hanging On, für... was? Meine Mütze ist sehr schön. Ja, das glaube ich schon. You Keep Me Hanging On war auch schon mal ein riesiger Hit, natürlich, aber das ist lange her, Nummer 5, nur lass mich doch mal in Ruhe. You Keep Me Hanging On war ein Hit der Supremes, Nummer 5 weiß das natürlich schön gespeichert, aber... Auch du bekommst jetzt einen auf die Mütze, es wird Zeit. Es wird überhaupt nicht Zeit, ich werde noch hier überstehen, jetzt lass mich in Ruhe. Also, die Popschule ist eröffnet, und zwar mit einer Dame, die ihr auch kennen dürftet, oft im Fernsehen gewesen, jetzt lass es in Ruhe. Hier ist Kim Wilde, Schoolgirl. Hier ist Kim Wilde, Schoolgirl. Musik 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 KJ D Untertitelung des ZDF, 2020